hallo und herzlich willkommen meine lieben gold und silber freunde zu einem neuen video ja ich hoffe euch geht es gut im heutigen video möchte ich mal auf die eingehen die was sagen hey ich bin neu in der welt des goldes und möchte in gold investieren aber ich habe keine ahnung was das richtige ist und in was ich investieren kann deshalb mache ich für euch heute ein video damit ihr da zum einstieg für euch richtig investiert und gleich richtig anfängt vorher noch wenn euch das video dann gefällt geht mir danach dann den daumen hoch und wenn noch kein abonnent seit abonniert den kanal damit ihr einfach nichts mehr verpassen könnt fangen wir einfach an was ist denn eine standard goldmünze ich habe hier mal etwas besonderes mitgebracht das ist eine ein unzen goldmünze wir haben jetzt hier den kompletten coin aus dem jahr 2021 von der queen's beast serie es gibt münzserien wie hier zum beispiel die bestehen aus zehn münzen da sind jedes jahr zwei münzen immer rausgekommen es gibt aber auch standard anlage münzen die was schon seit über 50 jahren jedes jahr dasselbe motiv rausbringen und jedes jahr einfach immer gleich sind nur eben mit einem neuen jahrgang also mit einer neuen jahreszahl das besondere an diesen münzen hier ist wir haben hier eine standard unzen größe also eine unze eine unze sind immer 31,1 gramm gold wir haben hier auch feingold also feingold heißt dass die münze hier aus 999,9 teilchen besteht von 1000 das heißt diese münze besteht nur aus gold es gibt natürlich auch münzen die eine legierung haben das sind dann andere metalle noch mit beigemischt da kommen wir aber gleich drauf diese ein unzen größe ist immer die standard größe von denen auch immer gerechnet und gesprochen wird und das sind auch die münzen die man eigentlich am meisten erwirbt bei diesen münzen haben wir einen preis von meistens zurzeit immer so 1800 euro bis 1900 euro je nachdem welche münze man dort kauft es gibt natürlich auch zu dieser ein unzen größe auch die halbe unzen größe und wir haben hier eine der bekanntesten gold münzen nämlich den krügerrand hier aus dem jahr 2015 und ihr seht auch hier hier steht es auch drauf ein halbes und zwar ist es eben eine halbe unze und das heißt wir sprechen dann hier von 15,55 gramm ich weiß dass es mit den unzen größen immer sehr schwierig ist das ganze auszurechnen immer aber wenn man das öfters mal gemacht hat dann ist es recht einfach und dann kann man sich diese zahlen auch merken hier sehen wir beim krügerrand dass diese etwas rötlicher ist was hat das für ein hintergrund diese münze ist eine ligierung das heißt es ist keine reine feingold münze wie hier sondern wir haben hier ein feingehalt von 916 teilchen denn hier ist noch kupfer beigemischt und warum ist das so dass diese münzen einfach stabiler sind ja denn eine feingold münze ist sehr anfällig für kratzer denn gold ist natürlich ein sehr weiches metall und damit so was nicht passiert damit der münze an sich nicht viel passiert hat man hier zum beispiel kupfer beigemischt und dann ist die münze einfach stabiler kratzfester und geht weniger kaputt dann gibt es natürlich noch die viertel unze wenn hier den wiener philharmoniker und hier sieht man dann auch dass auf der münze hier nämlich dann ein viertel und sie drauf steht und was man hier auch schön sieht jede münze oder die meisten münzen haben einen nennwert nämlich 25 euro das wird diese münze auch immer wert sein natürlich ist der goldpreis wesentlich höher es wird jetzt niemand ins geschäft gehen mit dieser münze für 25 euro etwas kaufen das haben wir hier als nächste größe und die kleinste größe von den standard größen sage ich jetzt mal ist die ein zehntel unze nämlich hier 3,11 gramm und ich habe euch hier die britannia mitgebracht und ihr seht dass hier auch ein zehntel drauf steht und diese münzen natürlich immer kleiner werden das sind die standard größen die was es gibt eine unze eine halbe unze eine viertel und sondern eine zehntel unze was da drauf ist auf den motiven ist meistens für euch als einsteiger egal denn es geht erstmal einfach darum gold zu besitzen und deswegen sagt man was kann ich mir leisten besser ist es immer in die größeren stückelungen zu investieren denn da ist der aufpreis von der produktion her geringer denn wenn ich natürlich eine unze gold haben möchte dann wird hier eine münze geprägt wenn ich aber zwei halbe unzen haben möchte dann muss ich ja zwei münzen prägen und somit ist der aufwand einfach höher deshalb besser ist es immer in größere zu investieren wer was sagt ich habe einfach das geld nicht übrig für die großen münzen kann ich auch in kleine münzen investieren und habe dann auch wenn ich zum beispiel zehn mal eine ein zehntel unze habe habe ich auch eine ganze unze und so läuft eigentlich das system an diesem punkt möchte ich noch erwähnen dass ich heute nur auf die münzen eingehen denn wenn ich die barren auch noch mit dazu nehme dann wird das video etwas zu lang und zu groß und ihr sollt ihr erst mal einen kleinen einblick bekommen als einsteiger was gibt es und in was kann ich investieren das sind jetzt die standard größen und standard anlage münzen von denen es immer gut welche gibt und ich möchte euch jetzt noch zusätzlich andere münzen zeigen wie hier zum beispiel das franken fräneli in der 20 franken form diese münze wird nicht mehr geprägt ist aber dennoch eine sehr sehr gute anlage münze hier haben wir auch eine legierung also sie ist keine reine feingold münze und diese münzen werden noch nah am goldpreis gehandelt weil es einfach noch sehr sehr viele münzen da davon gibt würde ich jedem empfehlen sind eben auch kleinere münzen und sind für jeden gut zu haben sind wir momentan bei einem preis von 340 bis 360 euro je nachdem wo er sie kauft das kann sich natürlich immer etwas ändern aber in solchen münzen kann man natürlich auch immer gut investieren wer sagt ich möchte eher in historische münzen investieren ich habe euch jetzt hier eine kaiserreichs münze mitgebracht 20 mark und wir haben hier den könig ludwig den dritten von bayern diese münze gibt es auf dem markt so nicht mehr zu kaufen ist natürlich sehr sehr schwierig auch an diese zu kommen wir haben hier auch immer größere aufpreise aber ich würde euch da einfach empfehlen diese münzen eher nicht zu kaufen denn da zahlt ihr einfach zu große aufpreise schaut wirklich immer dass ihr bei den standard anlage münzen bleibt wie zum beispiel den krügerrand oder den wiener philharmonika oder die britannia das sind einfach die münzen die was immer gut gehen und immer fair zu einem standard goldpreis gehandelt werden und ihr seht dass da die münzen immer recht gleich vom preis hier auch sind wer sagt er möchte dass die münzen auch wert steigen dann habe ich hier zum beispiel die somalia leopard münze mitgebracht ihr sieht das ist auch eine unze die ist aber etwas größer als die andere sind aber beides dieselbe gewichtszahl hier sieht man einfach nur dass die münze dann etwas dünner ist als wie die andere das ist aber dann egal ist natürlich schön dass die münze etwas größeres macht etwas her aber ich würde hier auch eher davon abraten am anfang denn diese münzen haben schon von anfang an etwas aufpreis und ob die münzen dann auch immer steigern im wert das kommt auch immer auf die sammler darauf an wie diese münze vergriffen wird und wie das motiv immer ist hier würde ich auch am anfang eher davon abraten in solche sammlermünzen zu investieren diese münze hat zwar auch nur eine auflage von 1000 stück jedes jahr vom motiv her aber eher nicht also noch mal als zusammenfassung ich würde immer in die standard ein unzen größe investieren die was es hier gibt natürlich gibt es auch die halbe und sie viertel und sie ein zehntel und sie ich würde in diese stückelungen erst mal investieren in die standard anlage münzen und da dann schauen dass ich mich dann danach auch etwas schlau macht zum beispiel durch videos da könnt ihr gerne meinen kanal abonnieren und auch die anderen videos anschauen diesbezüglich da kriegt sie immer neue infos aber auch münzvorstellungen und wie ich am besten in münzen und barren investiere und hier sieht man auch dass ich natürlich verschiedenste münzen schon habe aber wenn man das ganze einfach länger macht werdet ihr sehen dass ihr dann auch sagt dieses motiv verhält mir ganz gut diese münzserie gefällt mir ganz gut oder man sagt einfach ich möchte standard einfach nur gold besitzen dann ist natürlich der krügerrand immer am besten denn der krügerrand wird auf der ganzen welt gehandelt und anerkannt und ist die bekannteste goldmünze der welt wird auch immer in einer sehr hohen auflage geprägt und die würde ich einfach in jedem portfolio also heißt in jedem sammlerwerk von euch immer gut finden wenn ihr noch fragen habt diesbezüglich dann einfach melden indem er die in die kommentare schreibt ansonsten noch einen daumen nach oben und nicht vergessen zu abonnieren wenn ihr noch kein abonnent zeit ich kann euch vieles zwar erklären über die kommentare aber schaut euch auch andere videos da dazu an das war nur mal ein kurzer einblick in den einstieg in gold wie steige ich am besten ein indem ich mal einen kleinen überblick habe was gibt es überhaupt an münzen und was ist gut erst mal als einsteiger zu investieren ich sage vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten video macht es gut